Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm, moderiert von Yvonne Ramp. Wir sprechen jeden Freitag über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Karl Heinrich von Stülpnagel, Soldat, Philosoph, Verschwörer. Karl Heinrich von Stülpnagel ist eine Figur, an der sich die Geister scheiden. Für viele ist seine ablehnende Haltung gegenüber den Verbrechen des NS-Regimes bewiesen. Seine Beteiligung an den Verschwörungen Hitler zu stürzen, Fakt. Vielen gilt er als mutiger Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit und als wichtige Figur im deutschen Widerstand. Doch es gibt auch andere Stimmen. Prof. Dr. Gerhard Ringshausen schreibt zum Beispiel Folgendes über den historischen Diskurs rund um Stülpnagel. Der Fall Stülpnagel verbindet die Erforschung des Widerstandes und der Verbrechen der Wehrmacht. Der früher als Widerstandskämpfer gewürdigte Karl Heinrich von Stülpnagel gilt seit den Untersuchungen von Christian Streit 1978 und Helmut Krausnick 1981 als extremes Beispiel für die Willfähigkeit, den Rassenvernichtungskrieg aktiv zu führen. Als entschiedener Antisemit habe er angeblich das Konzept des Vernichtungskrieges gegen den jüdischen Bolschewismus völlig geteilt und deshalb 1942 als Militärbefehlshaber in Frankreich Geiselerschießungen und Deportationen angeordnet. Dagegen konnte die Verteidigung von Barbara Köhn, einer seiner Biografinnen, kaum überzeugen. Wer war dieser Mann also wirklich? Was glaubte er und was können wir glauben? In der heutigen Podcast-Folge versuchen wir, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Karl Heinrich von Stülpnagel wird am 2. Januar 1886 in Darmstadt als Sohn des preußischen Generals Karl Friedrich Herrmann und der bayerischen Generalstochter Luise geboren. Seine Schulzeit verbringt er in Frankfurt am Main. Nach dem Abitur tritt Stülpnagel 1904 in das Leibgarde Infanterieregiment Nr. 115 ein, indem er 1906 zum Leutnant befördert wird. In den Jahren 1911 bis 1914 ist Stülpnagel zur Ausbildung an der Kriegsakademie nach Berlin kommandiert, an welcher er 1913 zum Oberstleutnant befördert wird. Im Ersten Weltkrieg nimmt Stülpnagel als Kompanieführer, Regimentsadjutant und nach der Beförderung zum Hauptmann 1915 in verschiedenen Generalstabsstellen teil. Nach Ende des Ersten Weltkriegs und seiner Übernahme in die Reichswehr 1919 erhält Stülpnagel verschiedene Stabs- und Truppenkommandos und beteiligt sich 1920 am Lütwitz-Kapp-Putsch. Was die Hintergründe dieses Putsches betrifft, so muss hier etwas ausgeholt werden. Artikel 160 des Versailler Vertrags verfügte die Reduzierung des deutschen Heeres auf 100.000 Berufssoldaten und die Auflösung der aus freiwilligen bestehenden Freikorps. Um die im Versailler Vertrag festgelegte Truppenstärke zu erreichen, mussten ab Sommer 1919 rund 200.000 Freikorpssoldaten entlassen werden. Putschbestrebungen frustrierter und von der Entlassung bedrohter Freikorpsoffiziere trafen im Frühjahr 1920 mit Umsturzplänen der im Oktober 1919 gegründeten Nationalen Vereinigung, einer Nachfolgeorganisation der deutschen Vaterlandspartei zusammen. Einer der führenden Köpfe des gegen die Weimarer Republik gerichteten rechtsextremen Verschwörerkreises war der ostpreußische Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp, der intensiven Kontakt zu General Walter von Lütwitz unterhielt. Einer Anweisung der interalliierten Militärkontrollkommission folgend löste Reichswehrminister Gustav Noske am 29. Februar 1920 die in der Armee hochgeachtete rund 6.000 Mann starke Marinebrigade von Hermann Erhard und das Freikorps Löwenfeld auf. Dem widersetzte sich der ranghöchste General, der sogenannten vorläufigen Reichswehr Walter von Lütwitz, der am frühen Morgen des 13. März an der Spitze der ihm unterstehenden Marinebrigade Erhard das Berliner Regierungsviertel besetzte. Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band, die Brigade Erhard werden wir genannt. Diese Zeile aus dem Kampflied der Brigade war deutlicher Ausdruck ihrer völkischen und aggressiven nationalistischen Gesinnung. Da die Reichswehr nicht bereit war, gegen die Putschisten militärisch vorzugehen, floh die Mehrzahl der Minister mit Reichskanzler Gustav Bauer und dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert aus Berlin. Noch im Laufe des 13. März erschien in allen größeren Städten ein von den sozialdemokratischen Regierungsmitgliedern und vom Parteivorsitzenden der SPD Otto Wels unterzeichneter Aufruf zum Generalstreik, der insbesondere in der Reichswehr so starke Irritationen auslöste, dass die Reichsregierung sich umgehend von diesem Aufruf distanzierte. Der Putsch war nach vier Tagen beendet. Entscheidend für das Scheitern des Staatsstreiks war die Weigerung, der Ministerialbürokratie den Anordnungen Caps Folge zu leisten. Zudem zeigte auch der Generalstreik mit dem Zusammenbruch der öffentlichen Dienstleistung verheerende Wirkung. In Sachsen, in Thüringen und im Ruhrgebiet versuchten linksgerichtete Kräfte jedoch, den Generalstreik zur proletarischen Revolution voranzutreiben. Gegen den Märzaufstand von 1920 setzte die Reichsregierung wiederum Freikorps ein, darunter auch die Marinebrigade Erhard, die hier also die Seiten gewechselt haben. 1924 wird Stülpnagel Chef des Infanterieregiments III in Deutsch-Elau. In dieser Stellung wird er 1925 zum Major befördert und befindet sich in dieser Funktion ab 1926 im Reichswehrministerium in Berlin. Von 1927 bis 1929 ist Stülpnagel erster Generalstabsoffizier der 6. Division in Münster in Westfalen, wird jedoch ab 1929 als Kommandeur des 2. Infanterieregiments V in Neuruppin eingesetzt, wo er 1930 zum Oberstleutnant befördert wird. Also er macht hier eine ganz normale Reichswehrkarriere und ist bis zu dem Zeitpunkt auch eben durchaus deutschnationalistisch eingestellt. 1931 arbeitete er in Dresden zusammen mit Generalmajor Ludwig Beck die Dienstvorschrift Truppenführung für die Reichswehr aus und ist dort als Oberst auch in den Jahren 1932-1933. 1932 wird Stülpnagel Chef der Abteilung Fremde Heere dem Truppenamt T3 zugeteilt. In Friedenszeiten war T3 eine Art Studienanstalt zur Auswertung der von der Abwehr beschaffenen militärischen Informationen. Für diese Position hatte Stülpnagel keine nachrichtendienstliche Ausbildung. Sein einziger Auslandseinsatz war die 14-jährige Kommandierung zur finnischen Armee 1931. Als junger Offizier hatte er England und Schottland bereist. Er liebte Frankreich. Die Sowjetunion war ihm unbekannt. Er sprach nicht Russisch. Ab 1933 bekleidete er die Stellung des Chefs der Abteilung Fremde Heere, also T3, im Generalstab des Heeres in Berlin, wobei er sich bereits seit dem 1934 verübten Röhm Putsch immer kritischer gegenüber dem NS-Regime positionierte. Der Putsch selbst kam durch den immer weiter schwelnden Konflikt zwischen SA und Reichswehr zustande, wobei die Schutzstaffel SS gezielt Gerüchte über einen bevorstehenden Putsch der SA schürte und die seit langem bekannte homosexuelle Veranlagung Röms betonte. Anlässlich einer Führertagung der SA ließ Adolf Hitler dann am 30. Juni 1934 die gesamte SA-Führung durch SS-Einheiten liquidieren. Gleichzeitig wurden alte Rechnungen beglichen, denen alte Kämpfer der NSDAP ebenso zum Opfer fehlen wie NS-Gegner. Und Hitler hat sich hier natürlich auch gegen Röhm und seine SA entschieden, gegen die Forderung Röms, die SA praktisch als eine zweite Wehrmacht aufzubauen und er hat sich eben für die Profis der Reichswehr entschieden. Und das ist sicher auch ein Grund, warum die Reichswehr dann widerspruchslos hinnahm, dass auch der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik, General Kurt von Schleicher, im Zuge des Römputschs ermordet wurde. Die von den Nationalsozialisten als Römputsch verschleierte Mordaktion rechtfertigte die Reichsregierung nachträglich per Gesetz vom 3. Juli 1934 als, Zitat, Staatsnotwehr. Die in die Mordaktionen verstrickte Reichswehr hatte sich des lästigen Konkurrenzanspruches der SA entledigt. Um auch zukünftig der Gunst, Hitlers sicher zu sein, ordnete Kriegsminister Werner von Blomberg noch am Todestag von Reichspräsident Paul von Hindenburg die Vereidigung der Reichswehr auf die Person des Führers und Reichskanzlers an. Im Jahr 1935 glauben einige Kritiker Beweise für Stülpnagels antisemitische Haltung zu finden. Nach der geheimen deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit begann 1933 eine wachsende Entfremdung, zumal sich die UdSSR abschottete. Dagegen erhielt die 47 Seiten umfassende Studie des T3 über Fragen des Offiziers- und Unteroffizierskorps in der Roten Armee vom 10. Juni 1935 konkrete Informationen. Nach der Entwicklung der Roten Armee bis zur Einrichtung der politischen Kommissare stellt sie auf 34 Seiten Ausbildungsstand und Besoldung der Offiziere dar. Auf die von Stülpnagel abgezeichnete Studie machte H. Krausnick aufmerksam, weil sie das spitzelhafte Verhalten und Treiben der meist der jüdischen Rasse angehörenden unteren Politiker in der Truppe als eine der unerfreulichsten Erscheinungen kritisiert, die an die schlimmsten Anfangszeiten der kommunistischen Herrschaft erinnert, so lautet es in der Studie. Nach dem Zusammenhang sind jedoch diese Aussagen, wie das Zitat aus der russischen Zeitschrift Das bürgerliche Russland mit Titel in kyrillischer Schrift einem Informanten zuzuschreiben, der wegen der Verweise auf Gespräche mit Offizieren vielleicht im Militärattachéstab in Moskau zu suchen ist. Während Eingriffe der Mitarbeiter des T3 möglich sind, kann die Studie aber nicht von Stülpnagel selbst verfasst worden sein. Die Veranlassung dieser Arbeit ist auch unbekannt, aber wegen Stülpnagels Verantwortung ist die Frage einer propagandistischen Kriegsvorbereitung zu prüfen, obwohl er zwei Monate zuvor vor einem bewaffneten Konflikt gewarnt hatte. Für die antisemitischen Aussagen ist ein aktuelles Interesse auszuschließen, da sie einen Zustand der Vergangenheit bezeichnen. Die politischen Kommissare seien bereits durch das Prinzip der persönlichen Führung entmachtet. Jeder Kommandeur musste sich in einem politischen Kursus die für einen Kommissar erforderlichen politischen Kenntnisse aneignen, während sich Kommissare auch zum Einheitskommandeur ausbilden lassen konnten. Darum haben die antisemitischen Aussagen keine aktuelle Propagandaintention und boten Stülpnagel keinen Grund, den Text zur Überarbeitung zurückzuweisen. Erst recht erlauben sie keine Rückschlüsse auf eine antisemitische Einstellung Stülpnagel. Inmitten dieser Unruhen wird Stülpnagel dann im selben Jahr noch zum Generalmajor befördert und im Jahr darauf zum Kommandeur der 30. Infanteriedivision in Lübeck gemacht. In dieser Stellung wird er dann 1937 zum Generalleutnant. Seine Karriere ist nun kaum mehr zu bremsen. 1938 wird er im Generalstab des Heeres Oberquartiermeister II und ab Herbst 1938 zum Oberquartiermeister I ernannt. Doch die im Februar 1938 vonstattengegangene Fritsch-Blomberg-Affäre sowie die Entmachtung der Wehrmachtsführung durch Adolf Hitler lassen den erfolgreichen Stülpnagel zunehmend auf Distanz zur NS-Führung gehen. Hitlers lang auserkorenen Plan eines baldigen Krieges standen einige hochrangige Wehrmachtsangehörige skeptisch gegenüber. Vor allem Reichskriegsminister Werner von Blomberg und der Oberbefehlshaber des Heeres, Werner Freiherr von Fritsch, wiesen wiederholt auf die allgemeinen Risiken eines Krieges hin. Zudem hielten sie den anvisierten Aufbau der Wehrmacht zu einer modernen und schlagkräftigen Armee innerhalb von nur wenigen Jahren für kaum realisierbar. Um die Vorbereitungen für den beabsichtigten Krieg jedoch dennoch ungehindert voranbringen zu können, war Hitler viel an der Entmachtung der hemmenden Wehrmachtsführung gelegen. Die Gelegenheit dafür bot sich zu Jahresbeginn 1938. Am 12. Januar heiratete Blomberg Luise Margarete Grun. Der NS-Führung blieb deren Vergangenheit als Prostituierte und Aktmodell nicht lange verborgen. Da Blomberg durch die Heirat die von ihm selbst verschärften Heiratsvorschriften und den Sittenkodex für Wehrmachtsangehörige bewusst missachtet hatte, musste er von allen politischen Ämtern zurücktreten. Zugleich nutzte die NS-Führung die Affäre, um am 4. Februar 1938 neben Blomberg auch den Kritiker Fritsch aus der Wehrmacht zu entlassen. In einer von Hermann Göring und Heinrich Himmler geführten Intrigenkampagne wurde Fritsch fälschlicherweise der Homosexualität beschuldigt und zunächst vom Dienst suspendiert. Vergeblich setzte Himmler den Sicherheitsdienst ein, um möglicherweise belastendes Beweismaterial gegen Fritsch zusammenzutragen. Ein Militärgericht sprach ihn aber im März 1938 von allen Vorwürfen frei. Die Rückkehr auf seinen Posten als Oberbefehlshaber des Heeres blieb Fritsch allerdings verwehrt. Vielmehr nutzte Hitler die Affäre, um Blomberg und Fritsch das Kriegsministerium abzusprechen. An seine Stelle trat das Hitler direkt unterstellte Oberkommando der Wehrmacht, das OKW, unter der Leitung von Wilhelm Keitel, das die Kriegsvorbereitungen widerspruchslos umsetzte. In der militärischen Führung bildeten sich bereits 1938 oppositionelle Kräfte, die aber durch die außenpolitischen Erfolge nicht wirksam werden konnten. Angesichts der Niederlagen der Hitler-Diktatur an allen Fronten ab 1943 aktivierten im Oberkommando des Heeres um den General Friedrich Olbrecht und Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg ihre Bemühungen zur Sammlung von Gleichgesinnten, um Hitler zu beseitigen. Sie hatten Kontakte zu Admiral Canaris und dem Chef des Amtes Auslandabwehr sowie dessen Stellvertreter Hans Oster und Generalmajor Henning von Treschko an der Ostfront sowie eben zum General Karl von Stülpnagel. Der militärische Widerstand suchte und fand auch Verbindungen zum sozialdemokratischen und bürgerlichen Widerstand. Nach diesen Vorfällen stand Stülpnagel von nun an in engem Kontakt mit der militärischen Führungstruppe rund um Ludwig Beck und Franz Halder, welche einen Krieg notfalls mit einem Putsch gegen Hitler verhindern wollte. Im April 1939 wird der äußerlich noch immer als Marionette des NS-Regimes agierende Stülpnagel dann zum General der Infanterie befördert. 1940 während des Westfeldzugs wird Stülpnagel zum kommandierenden General des 2. Armeekorps in Stettin ernannt. Dieser Westfeldzug, in dem Stülpnagel eingesetzt wurde, lässt sich knapp wie folgt zusammenfassen. Nach der Kriegserklärung von Frankreich und Großbritannien an Deutschland am 3. September 1939 herrschte an der deutsch-französischen Grenze eine nur von gelegentlichen Scharmützeln unterbrochene Waffenruhe, die von Propagandaschlachten beider Seiten begleitet war. Diesen monatelangen sogenannten Sitzkrieg beendete das Deutsche Reich am 10. Mai 1940 mit einer für Frankreich überraschenden Offensive. Die Angriffsstrategie war seit Herbst 1939 von Generalleutnant Erich von Mahnstein ausgearbeitet worden. Um die stark befestigte französische Maginot-Linie im Norden zu umgehen, sah ein Operationsplan Sichelschnitt den Angriff der Heeresgruppe B auf die neutralen Niederlande und Belgien vor. Nach dem zu erwartenden Vorrücken französischer und britischer Truppen nach Belgien sollte die Heeresgruppe A durch die dicht bewaldeten Ardennen bis zur französischen Kanalküste vorstoßen. Die Heeresgruppe C sollte sich vorerst mit kleineren Scheinangriffen entlang der Maginot-Linie begnügen. Hitler hielt an dem riskanten Plan Sichelschnitt fest, obwohl die traditionell denkenden Generale des Oberkommando des Heeres starke Zweifel an einem erfolgreichen Vorstoß durch die Ardennen mit Panzern äußerten. Trotz eines wochenlangen Aufmarsches an der westlichen Reichsgrenze kam der Zeitpunkt der Offensive für die Alliierten unerwartet. Durch das Überraschungsmoment begünstigt gelang es 141 deutschen Divisionen, einen an militärischer Stärke gleichwertigen Gegner in wenigen Wochen zu besiegen. Die Niederlande kapitulierten am 15. Mai 1940, Belgien am 28. Mai. Zu diesem Zeitpunkt waren die in Flandern gebundenen Alliierten Einheiten von Süden her eingeschlossen worden. Zu spät hatten die Alliierten erkannt, dass der Schwerpunkt des deutschen Angriffs durch Luxemburg und die Ardennen durchgeführt wurde. Am 13. Mai standen Truppen der deutschen 4. Armee und der 12. Armee auf dem westlichen Marsufer zwischen Dinant und Sedat. Nachdem der Durchbruch durch den schwierigsten Teil der Alliiertenfront gelungen war, stand ihnen das französische Hinterland bis zum Unterlauf der Somme offen. Am 19. Mai erreichten Panzerverbände Abville an der Flussmündung. Einen Tag später drangen sie bis zur französischen Kanalküste vor. Der Waffenstillstand wurde am 22. Juni von den Generalen Wilhelm Keitel und Charles Hunziger im Wald von Compiègne unterzeichnet. Die Deutschen nahmen die Unterzeichnung an jenem Ort, wo 1918 die Niederlage im Ersten Weltkrieg besiegelt und die Schmach von Versailles eingeleitet worden war, mit tiefer Genugtuung auf. Einen Tag nach Unterzeichnung des Waffenstillstands besuchte Hitler Paris. Er kam als Tourist und Eroberer zugleich. Was die kaiserliche deutsche Armee in verlustreichen Schlachten vergeblich versucht hatte, gelang Hitler in sechs Wochen. Die Bilder von ihm vor dem Pariser Eiffelturm gingen um die Welt. Adolf Hitler stand nach dem von vielen Zweiflern für kaum möglich gehaltenen Blitzsieg gegen Frankreich auf dem Höhepunkt seines innenpolitischen Ansehens. Während sein Ruhm als größter Feldherr aller Zeiten in Deutschland unaufhörlich zu steigen schien, rief General Charles de Gaulle in seinem Londoner Exil zum entschlossenen Widerstand gegen das deutsche Besatzungsregime in Frankreich auf. Während der Westoffensive starben rund 27.000 deutsche Soldaten. 18.400 galten als vermisst, etwa 111.000 Mann wurden verwundet. Frankreich hatte rund 92.000 Tote und 200.000 Verwundete zu beklagen. 1,9 Millionen alliierte Soldaten gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Stülpnagel erfüllte nach dem Sieg von Juni bis Dezember die Rolle des Vorsitzes der Deutsch-Französischen Waffenstillstandskommission in Wiesbaden. Im Februar 1941 übernimmt Stülpnagel dann den Oberbefehl über die in Aufstellung begriffene 17. Armee, die er im Zweiten Weltkrieg beim Überfall auf die Sowjetunion führt und mit der er an der Kesselschlacht von Uman teilnimmt. Dabei stellt der Feldzug im Osten von Beginn an einen ideologischen Weltanschauungs- und rassebiologisch konzipierten Vernichtungskrieg dar. Im Vordergrund standen die Eroberung von Lebensraum sowie die wirtschaftliche Ausbeutung der eroberten Gebiete und der dort lebenden Menschen als Zwangsarbeiter. Die Ermordung der jüdischen Bevölkerung und der sowjetischen Führungsschicht war von Anfang an vorgesehen. Zudem ordnete der Kommissarbefehl vom 6. Juni 1941 die sofortige Liquidierung von gefangenen kommunistischen Kommissaren der Roten Armee an, welchen Stülpnagel jedoch nur mündlich weitergibt. Am 22. Juni 1941 eröffnet das Deutsche Reich auf breiter Front zwischen der Ostsee und den Karpaten den Krieg gegen die offensichtlich überraschte Sowjetunion. Der Krieg gegen die UdSSR diente der rassenideologisch begründeten Vernichtung. Als Zeugnis für die enge Zusammenarbeit Stülpnagels mit dem SD und Unterstützung der Judenmorde wertete Christian Streit die Meldung eine Woche nach Beginn des Russlandfeldzugs. AOK 17 hat angeregt, zunächst die in den neu besetzten Gebieten wohnhaften, antijüdisch und antikommunistisch eingestellten Polen zu Selbstreinigungsaktionen zu benutzen. Diese Aussage ist durch die Einsatzgruppe B in der Ereignismeldung EM10 des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vom 2. Juli 1941 überliefert. Ohne ausdrückliche Beziehung wirkt sie als Begründung für Heidrichs anschließenden Einsatzbefehl Nr. 2 vom 1. Juli. Intendiert war sicher der Eindruck einer Übereinstimmung von Wehrmacht und SS. Heidrich konkretisierte jedoch nur den Einsatzbefehl Nr. 1 vom 29. Juni, der unter Verweis auf seine Rede am 17. Juni die Nichtbehinderung von Selbstreinigungsbestrebungen antikommunistischer oder antijüdischer Kreise gefordert hatte. Die SS-Terminologie in der AOK 17-Meldung legt die Vermutung nahe, dass die vorliegende Fassung auf die Tätigkeit der RSHA-Bürokraten zurückgeht. Allerdings nennt Heidrichs Einsatzbefehl Nr. 2 auch das AOK 17. Zitat »Ich bitte sofort, das in Lemberg befindliche Sonderkommando 4b zu verständigen, das sich für diesen Bereich des AOK 17 anhergewandt hat.« Aber die Ereignismeldung 10 bietet die Anregung als Meldung der Einsatzgruppe B praktisch an. In Lemberg bildeten Polen die Mehrzahl der Bevölkerung, aber im Gegensatz zu Heidrichs Einsatzbefehl und der Meldung des AOK 17 waren die Pogrome maßgeblich von Ukrainern getragen, die nur 16% der Stadtbevölkerung bildeten. Am 25. Juni hatten die abziehenden Truppen der Roten Armee einen Aufstandsversuch der Ukrainer blutig niedergeschlagen. Einen Tag später kam es entsprechend früherer Ankündigungen des von Stepan Bandera geleiteten Flügels der Organisation ukrainischer Nationalisten zur ersten Ausschreitungen gegen Juden und Kommunisten. Die Pogromstimmung wuchs nach Abzug der sowjetischen Verbände am 28. Juni unter Übernahme der Stadt durch ukrainische Milizen, als die Lemberger in den Gefängnissen tausende von Toten teilweise mit Zeichen von Misshandlungen und Verstümmelungen entdeckten. Der russische NKWD hatte sie vor dem Rückzug ermordet, da er nur 527 evakuieren konnte. Am 28. Juni erfuhr die 17. Armee durch Gefangene, dass Juden und Kommunisten ermordet worden sind. Diese Nachrichten könnten die Grundlage für das Stülpnagelzitat in der Ereignismeldung 10 sein. Dabei deutet der Hinweis auf Polen auf ungenaue Kenntnisse hin. Für ein früheres Datum spricht auch, dass das nach Heidrichs Einsatzbefehl zu formierende Sonderkommando 4b den Einsatzbefehl Nr. 1 vom 29. Juni anscheinend nicht kannte. Vor der Eroberung Lembergs beauftragte Stülpnagel am 29. Juni den Kommandierenden General, in meiner Vertretung für den Stadtbereich Lemberg alle zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, Disziplin und Ordnung erforderlichen Maßnahmen anzuordnen, und zwar für sämtliche das Stadtgebiet Lemberg berührenden Teile der Wehrmacht sowie der Zivilbevölkerung. Entsprechend ernannte Generalleutnant Ludwig Kübler als Kommandeur des Gebirgsarmeekors Oberst Karl Wintergerst zum Stadtkommandanten mit dem Auftrag, alle Maßnahmen zu treffen, die für die Aufrechterhaltung der militärischen und bürgerlichen Ordnung erforderlich sind. Dazu gehörte Verhinderung von Plünderungen durch Zivilisten und von Ausschreitungen aller Art auch durch Heeresangehörige. Dafür ermächtigte Wintergerst die schärfsten Maßnahmen gegenüber jeder Mann zu ergreifen. Und er unterstellte ihm auch das Lehrerregiment Brandenburg und zur besonderen Verwendung das Bataillon Nachtigall, das aus 400 Ukrainern unter der Führung deutscher Offiziere bestand. Das heißt, es herrschte eigentlich ein ziemliches Chaos und es war klar, dass diese verschiedenen Truppen, die da zur Aufrechterhaltung der Ordnung, der sogenannten Ordnung, bestellt waren, bald auf das Übelste hausen würden. Gegen von Hannes Heer vermutete Vorbereitungen des Einsatzes spricht allerdings, dass die Informationen über die Lage in Lemberg widersprüchlich waren. Nachdem erst am 27. Juni der Durchbruch durch die sowjetische Front gelungen war, sah der Korbefehl wegen erwarteten Widerstands für den 30. Juni die Einkreisung der Stadt vor. Die 1. Gebirgsjägerdivision unter Generalmajor Hubert Lanz rechnete jedoch mit der Möglichkeit, dass bei schwachem Feindwiderstand Lemberg im Handstreich genommen werden konnte. Sie befahl daher die Zusammenstellung von einer Sturmabteilung. Aber bereits gegen 4 Uhr drang ein Spähtrupp bis zur Nordzitadelle kampflos vor und hisste um 4.20 Uhr die Reichskriegsflagge. Kurz vorher begann das Lehrregiment Brandenburg die Stadt zu besetzen. Am Nachmittag traf Kübler in Lemberg ein und stellte um 17 Uhr fest, die am 29. Juni befohlene Sicherung der Großstadt Lemberg gegen Plünderungen und Ausschreitungen aller Art sowie die Wiederherstellung geordneter Verhältnisse auf allen Gebieten ist noch nicht gewährleistet. Darum ermächtigte er Wintergerst Hilfskräfte in dem von ihm als notwendig erachteten Umfang zu beauftragen und anzufordern. Und auch der Kommandeur des Bataillons 800, also der Ukrainer, notierte, die eingesetzten Polizeikräfte erwiesen sich ihrer Aufgabe angesichts des Pogroms nicht gewachsen. Der Bericht der wenige Stunden nach der Einnahme Lembergs eingesetzten Heeresstreife betont den energischen Einsatz bei Tag und Nacht, aber nur am Rande, Judenpogrome im Keim erstickt. Zudem kritisiert er die einheimischen Milizen, Die sogenannten Bewachungsorgane der ukrainischen Komitees und dergleichen sollten umgehend ausgeschaltet werden. Mit diesen Elementen wurden üble Erfahrungen gemacht. In der Regel waren es halbwüchsige Burschen, die sich alle möglichen Amtsbefugnisse anmaßten. Sie waren an den Pogromen gegen Juden beteiligt, weil die die Sowjets unterstützt haben sollen. Nachdem Mitglieder der Milizen durch weitere Verstümmelung der Leichen die Stimmung angeheizt hatten, meldete das 49. Gebirgsarmeekorps am 30. Juni. Unter der Bevölkerung herrscht über die Schandtaten der Bolschewisten rasende Erbitterung, die sich gegenüber den in der Stadt lebenden Juden, die mit dem Bolschewismus zusammengearbeitet haben, Luft macht. Diese Stimmung steigerte sich, als auf Befehl des Stadtkommandanten Juden zur Bergung und Waschung der ermordeten Gefangenen in die Gefängnisse getrieben und übel misshandelt wurden. Einige Wehrmachtssoldaten und Ukrainer des Bataillons Nachtigal beteiligten sich an den Worten. Das Auffinden von ermordeten Luftwaffensoldaten durfte die Soldaten zusätzlich angeheizt haben. Also es scheint so, dass die Pogrome eben angeheizt wurden und man dann diese Milizen hat machen lassen, sich dann aber von deren Handlungen offiziell wieder distanziert hat. Ein Offizier der 1. Gebirgsdivision notierte, auf Antreiben der ukrainischen Bevölkerung kam es am 1.7. zu einem regelreichen Juden- und Russenpogrom. Diese Pogrome wurden nach einem auch anderwärts nachweisbaren Muster von ukrainischen Milizen ausgelöst und angeheizt. Wegen ihres Zieles eines ukrainischen Staates suchten sie zwischen Abzug der Roten Armee und Eintreffen der Wehrmacht klare Verhältnisse zu schaffen und unter deren Schutz zu festigen. Und einer der Anführer von solchen Truppen war eben dieser Stepan Bandera, über den man ja heute auch wieder viel spricht, weil er leider in der Ukraine nach wie vor von vielen Leuten verehrt wird. Dabei sind die 1. Gebirgsdivision und der Stadtkommandant gemäß Aussagen von Zeitzeugen nicht entschieden genug gegen das Judenpogrom vorgegangen. Also man hat es geschehen lassen. Abschreckend, aber in sich widersprüchlich ist der Abschlussbericht des Kommandeurs des Bataillons 800. Die systematische Vernichtung der Juden übernahm ab 2. Julis dann die Sonderkommandos. Ein Vorkommando des Sonderkommandos 4b hatte Lemberg wenige Stunden nach Einnahme der Stadt erreicht. Die anderen folgten, nachdem der Stab der Einsatzgruppe B am 1. Juli um 5 Uhr morgens die frühere NKWD-Zentrale bezogen hatte. Der Kommandeur der Einsatzgruppe B, SS-Brigadeführer Dr. Otto Rasch, eröffnete ihnen, dass für die Ermordung in Lemberg vom Führer Repressalien befohlen worden waren. Obwohl Heidrich die Unterstützung von Selbstreinigungsbestrebungen, also das war dann immer das, was man hat geschehen lassen, antikommunistischer oder antijüdischer Kreise verlangt hatte, spielten die Sonderkommandos bei den Pogromen keine Rolle. Aber die Einsatzgruppe lobte rückblickend die bereits vor ihrer Ankunft entfaltete begrüßenswerte Aktivität der Ukrainer gegenüber den Juden. Also diese ukrainischen Milizen hatten dem Sonderkommando dann schon weitgehend die Arbeit der Judenvernichtung abgenommen. Die 17. Armee hatte andere Aufgaben. Sie musste den Angriff in Fluss halten und setzte bereits am Tag der Besetzung Lembergs auf ganzer Front Verfolgung gegen schwache, feindliche Nachruten fort. Die Panzergruppe 1 eroberte Prodi gut 100 Kilometer östlich Lembergs. Als die erste Gebirgsdivision am 4. Juli die Stadt verließ, sollte sie nach dem rund 400 Kilometer entfernten Winitza am Bug vorstoßen, um sich am 3. bis 8. August weitere 160 Kilometer gen Osten an der Kesselschlacht von Uman zu beteiligen. Der schnelle Vormarsch stinnte dem Eroberungskrieg, der kein Warten auf Selbstreinigungsaktionen in den neu besetzten Gebieten erlaubt. Stülpnagels Befehl vom 29. Juni entsprach der strategischen Aufgabe der 17. Armee. Sie musste auf dem Nordflügel der Heeresgruppe Süd im Süden zur 6. Armee unter Generalfeldmarschall Weiter von Reichenau und im Norden zur Panzergruppe 1 unter Generaloberst Ewald von Kleist Kontakt halten und als reine Infanteriearmee mit entsprechender Geschwindigkeit vorrücken. So lässt die strategische Lage keine Ansatzpunkte für eine Anregung Stülpnagels im Sinne der Ereignismeldung erkennen. Vielmehr ist zu vermuten, dass die Anfrage vom Sonderkommando 4b kam. Da ihre Einsatzbefehle nicht eindeutig das Ziel der Ausrottung der Juden nannten, könnte es sich an das RSHA gewandt haben. Als weiteren Beleg für Konformismus und Affinität zur nationalsozialistischen Ideologie wertet Krausnick die von Stülpnagel abgezeichneten Richtlinien vom 30. Juli, welche die Bestimmung des Generalleutnant Heinrich Müller zur Behandlung feindlicher Zivilpersonen und russischer Kriegsgefangenen im rückwärtigen Heeresgebiet mitteilen und für das rückwärtige Armeegebiet und für die Truppe ergänzen. Dabei bezeugt der eingefügte Verweis der beiden im Armeegebiet tätigen Kommandos sicher keine sehr enge Zusammenarbeit, sondern entsprach dem Befehl von Oberbefehlshaber Generalfeldmarschall Walter von Brauchitsch. Beachtenswerter ist eine Ergänzung zu den kollektiven Gewaltmaßnahmen bei passiven Widerstand und Sabotageakten, wenn die Täter nicht sofort festgestellt und erledigt werden können. Dazu, betont Major Siegfried Höfs als IC, war er der Abwehroffizier, Zitat, kollektive Maßnahmen nicht wahllos treffen. Trotz der unverzüglich durchzuführenden Repressalien durch schnellstes und tatkräftiges Zufassen galt seine Sorge der ukrainischen Bevölkerung. Soweit die auslösende Tat der ukrainischen Ortseinwohnerschaft nicht nachgewiesen werden kann, sind die Ortsvorsteher anzuweisen, in erster Linie jüdische und kommunistische Einwohner zu nennen. Durch solchen Druck soll die Bevölkerung zur Anzeigepflicht gezwungen werden. Da der deutschen Truppe die aktiven älteren Kommunisten zum größten Teil für raschen Zugriff nicht erreichbar waren, solle auf die Angehörigen der russischen Staatsjugend zurückgegriffen werden. Besonders die jüdischen Komsomolzen sind als Träger der Sabotage und Bandenbildung anzusehen. Also man hat versucht hier einen Keil reinzutreiben, indem man die Ukrainer dann eher gut behandelt hat und gegen die Juden und Kommunisten vorgegangen ist und da auch eben zur Denunziation aufgefordert hat. Und das sind Maßnahmen, an denen Stülpnagel dann doch wohl beteiligt war. Wenn der Befehl abschließend die grundsätzliche Rücksichtnahme auf die ukrainische Bevölkerung, sofern diese sich loyal verhält, betont, spielt er jüdische und kommunistische Einwohner gegen die Ukrainer aus und macht sie kollektiv haftbar. Entsprechend forderte die Abteilung ICAO des AOK 17 im Juli und September nach Sabotageakten von der Sicherheitspolizei Repressalien an Juden. Dass nur zweimal Vergeltungsaktionen mit wenigen Opfern verlangt wurden, entsprach der Kriegslage und lässt sich nicht auf eine besondere Zurückhaltung schließen. Die Gruppe ICAO hielt zudem im September bei der Überwachung des Zivilverkehrs Juden beiderlei Geschlechts und jeden Alters für abwehrmäßig verdächtig. Als Oberbefehlshaber der 17. Armee trug Stülpnagel für diese Befehle seines Stabs, auch wenn sie nicht von ihm abgezeichnet werden, die letzte Verantwortung. Eine andere Frage ist, wie Stülpnagel persönlich dieses Regime- und ideologiekonforme Handeln beurteilte. Für seine Einstellung ist die Eingabe an die Heeresgruppe Süd vom 12. August das wichtigste Belastungszeugnis, weil sie für die Propaganda fordert, Vermehrter Kampf gegen den Bolschewismus und das vor allem in seinem Sinne wirkende internationale Judentum. Für das Verständnis des Schreibens ist allerdings sein Aufbau zu beachten und die Intention zu klären. Der erste Teil umfasst Aussagen von der Schlacht von Umam gefangenen Offizieren der Roten Armee zusammen. An der Spitze steht die Wendung der Politik Stalins vom Kampf des Bolschewismus zur Erklärung des Nationalen Krieges. Das bedeutet, das russische Volk müsse, um von sich aus zur Beendigung des Krieges beizutragen, wissen, was Deutschland mit Russland zu machen beabsichtige. Unter den bisherigen Umständen sei anzunehmen, dass der Krieg von Russland bis zum Letzten geführt werde und dass auch der Partisanenkrieg im Rücken der deutschen Kräfte weiter ausgebaut werden würde. Das beste Mittel zu dessen Verhinderung sei die Heranziehung zur Mitarbeit, die vernünftige Behandlung und auch Versorgung der Bevölkerung. Die kriegsmüden Soldaten seien auf Verteidigung eingestellt. Ihre Haltung erkläre sich vielfach nur aus der Angst, bei der Gefangennahme erschossen zu werden. Diese Überzeugung bestehe auch bei hohen Offizieren und bei Kommandeuren. Die Auswahl der Aussagen intendiert eine deutliche Kritik der nationalsozialistischen Kriegsführung und ihrer Folgen. Der zweite Teil zieht Folgerungen für unsere Propaganda und die Behandlung der Bevölkerung in den besetzten Gebieten, wie es dort heißt. Unabhängig von den Zielen der deutschen Politik verlangt er für die Propaganda den Kampf gegen Bolschewismus und internationales Judentum, aber nach dieser regimekonformen Forderung wünscht er entgegen der bisherigen Kriegsführung, Zitat, Versprechen einer freien Entwicklung für das russische Volk, Aufstieg zu wirtschaftlichem Wohlstand unter Sicherung eines gewissen Privatbesitzes. Dazu gehört, das antibolschewistische Versprechen einer Verhinderung der Wiederkehr früher führender Schichten. Um diese Ziele, auch die vermehrte Durchdringung mit propagandistischer Bearbeitung der Bevölkerung im besetzten Gebiet und die Förderung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus, bestimmen, glaubwürdig erscheinen zu lassen, fordert Stülpnagel, Zitat, vermehrter Flugblattabwurf mit Bildern über die menschenwürdige Behandlung russischer Gefangener und Verwundeter. Verzicht auf Veröffentlichung etwaiger Repressalien aufgrund von roten Völkerrechtsverletzungen. Angesichts der Verhältnisse kann diese Anregung nur als kontrafaktisch bezeichnet werden. Dagegen erscheint der dritte Teil sehr systemkonform, wenn er bei der Bevölkerung vielfach eine gereizte Stimmung gegen die Juden mit den üblichen Begründungen konstatiert. Er vermerkt aber, Zitat, dass drakonische Maßnahmen gegen Juden bei einzelnen Bevölkerungskreisen Mitleid und Sympathie für sie erzeugt hat. Statt Repressalien forderte Stülpnagel deshalb nachdrückliche Aufklärung über das Judentum unter der Bevölkerung gerade in der Ukraine, damit es sich nicht wieder im Wirtschaftsleben und als Zentren des Widerstands betätigen könne. Das Schreiben Stülpnagels ist also ambivalent und widersprüchlich. Auf der einen Seite enthält es deutlich Kritik an der deutschen Kriegsführung und Vorschläge für eine bessere Behandlung der Bevölkerung, auf der anderen Seite vertritt es antisemitische Positionen im Sinne des NS-Regimes, die sich aber nicht als Forderungen aus den Äußerungen der russischen Offiziere ergeben. Diese Doppelbürdigkeit lässt den Text als eine politisch zu deutende Eingabe an die Heeresgruppe Süd und ihren Oberbefehlshaber Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt erscheinen. Er galt als konservativer Nurmilitär, der sich aber zwei Monate später mit dem Inhalt des berüchtigten Reichenau-Befehls über das Verhalten der Truppen im Ostraum im Kampf gegen das jüdisch-bolschewistische System vom 10. Oktober voll einverstanden erklärte und ihn umgehend den höchsten Kommandostellen der Heeresgruppe Süd zusandte. Reichenau intendierte das Gegenteil von Stülpnagel. Dessen Schreiben leitete Rundstedt anschließend nur an die Abteilung Wehrmachtspropaganda im OKW weiter. Insofern war Stülpnagels Versuch gescheitert, obwohl er ihn mit NS-Ideologie kamuflierend angereichert hatte. Deshalb dürften die antisemitischen Aussagen nicht die persönliche Einstellung Stülpnagels wiedergeben. Am 4. Oktober 1941 erklärte Stülpnagel dann seinen Rücktritt als Oberbefehlshaber der 17. Armee durch Krankmeldung. Er hatte ihn in einem Brief an Brauchitsch mit der Sorge um die weitere Kriegsführung in der Ukraine und moralische Abscheu gegenüber den Verbrechen begründet. Die Unmöglichkeit eines siegreichen Abschlusses stand für ihn fest. Den Ausschlag gab, dass Hitler eine Woche zuvor seine Armeeführung massiv als zu zaghaft kritisiert hatte. Da Stülpnagel kein Mann impulsiver Entschlüsse war, dürfte diese Kritik seine Entscheidung befördert, aber nicht begründet haben. Es ist aber nicht nachweisbar, dass die verbrecherischen Maßnahmen des SD und der Antisemitismus den Rücktritt veranlasst haben. Sein Nachfolger, Generaloberst Hermann Hoth, beklagte dagegen am 17. November, dass in der 17. Armee keine einheitliche Auffassung über unsere Aufgaben in den von uns eroberten Gebieten und die Notwendigkeit harter Maßnahmen gegen volks- und artfremde Elemente bestände. Der Wehrmacht standen für den propagierten Kreuzzug Europas gegen den Bolschewismus 153 Divisionen mit knapp über 3 Millionen Soldaten, 3.600 Panzern und 600.000 Motorfahrzeugen zur Verfügung. Hinzu kamen 600.000 Mann aus den verbündeten Staaten Ungarn, Rumänien, Finnland, der Slowakei und Italien. Die Rote Armee umfasste 4,7 Millionen Soldaten. Nur knapp die Hälfte von ihnen war allerdings bei Beginn des Angriffs im Westen der Sowjetunion bzw. in den 1939 eroberten ostpolnischen Gebieten stationiert. Vom Überraschungsmoment begünstigt, stießen die drei deutschen Heeresgruppen gemäß dem Angriffsplan Barbarossa schnell nach Osten vor. Im September schnitt die von Ostpreußen durch die baltischen Staaten vorgerückte Heeresgruppe Nord-Leningrad von sämtlichen Landverbindungen ab. Hitler wollte die Stadt aushungern. Trotz einer 900 Tage andauernden Belagerung konnte jedoch der Widerstandswillen der Eingeschlossenen nicht gebrochen werden. Östlich von Leningrad tobten an der Bolchowfront monatelang heftige Kämpfe. Mit der in Polen und Frankreich erprobten Strategie von keilförmigen Panzervorstößen gelangen auch der Heeresgruppe Mitte nach verlustreichen Kesselschlachten bei Bialystok und Minsk sowie bei Smolensk gewaltige Raumgewinne. Im Spätsommer 1941 bildete sie mit der Heeresgruppe Süd, die nach den Schlachten bei Oman und Kiew bis in das Donetsbecken vorgestoßen war, eine zusammenhängende Front. Ende 1941 waren das Baltikum, Weißrussern sowie große Teile der Ukraine besetzt. In den eroberten Gebieten begannen Einsatzgruppen mit ihren mörderischen Sonderaufgaben. Die systematische Ermordung jüdischer Einwohner, kommunistischer Funktionäre sowie der Sinti und Roma. Bis Ende 1941 fielen den Massenerschießungen, an denen sich auch Einheiten der Wehrmacht beteiligten, rund eine halbe Million Menschen zum Opfer. Die anfängliche Freude der einheimischen, vor allem ukrainischen und baltischen Bevölkerung über die Befreiung von stalinistischem Joch durch die Wehrmacht schlug mehrheitlich in Hass um, aus dem sich ein von beiden Seiten mit äußerster Brutalität geführter Partisanenkrieg entwickelte. Doch Stülpnagel war, wie bereits erwähnt, nicht nur an diesem Überfall auf die Sowjetunion beteiligt, sondern auch an der brutalen Kesselschlacht in Oman. Nach ihrem Durchbruch durch die stark befestigte Stalin-Linie Ende Juni 1941 erreichte die Panzergruppe 1 der Heeresgruppe Süd am 7. Juli Berditschew, 170 Kilometer nordwestlich von Oman. Mitte des Monats schwenkte sie zur Umfassung des Gegners nach Südosten in Richtung Kirovograd ein. Gleichzeitig stieß die deutsche 17. Armee unter der Leitung Stülpnagels entlang des Bug südlich von Oman nach Osten vor. Südöstlich der Stadt schloss sie am 3. August mit der Panzergruppe 1 den Kessel um rund 20 Divisionen der sowjetischen 6., 12. und 18. Armee. Die auch für die Deutschen äußerst verlustreiche Kesselschlacht dauerte bis zum 8. August an. Über 100.000 Soldaten der Roten Armee gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft. In die Hände der Wehrmacht fielen zudem über 300 Panzer und 850 Geschützte, die sie zu eigenen Zwecken nutzen konnten. Nach der Kesselstacht bei Oman stand der Heeresgruppe Süd das Hinterland der Ukraine bis zum Schwarzen Meer und zum Dnieper für weiträumige Vorstöße offen. Stülpnagel befolgte dabei zunächst die Anweisungen zur Kriegsführung im Osten mit der Todesstrafe für Partisanen und kriegsgefangene Kommissare der Roten Armee, lässt sich jedoch schließlich wegen militärischer und politischer Meinungsverschiedenheiten von seinem Oberbefehl entbinden. Ein erster Blick auf die wahre Positionierung Stülpnagels zu den brutalen Vorgängen im Osten, wie viele Historiker meinen. Am 7. Februar 1942 wird Stülpnagel zum Militärbefehlshaber in Frankreich ernannt, nachdem sein Vetter Otto nach seinem vergeblichen Kampf gegen Geißlerschießungen nach Attentaten der Resistanz am 15. Februar zurückgetreten war. Diese Situation benutzten Himmler und Heidrich, um ihren Einfluss in Frankreich gegenüber der Wehrmacht auszuweiten. So kündigte Hitler am 9. März die Ernennung eines höheren SS- und Polizeiführers in Frankreich an, der mit der Polizeiverwaltung auch für Sühne-Maßnahmen gegen Verbrecher, Juden und Kommunisten anlässlich ungeklärter Anschläge zuständig sein sollte. Entsprechend verabredete Stülpnagel mit dem Generalquartiermeister eine klare Trennung seiner militärischen Befugnisse von allen politischen Fragen. Der der zunächst vorgesehene Franz Walter Stahlecker an seinen Verletzungen bei einem Partisanenangriff, am 23. März gestorben war, führte Heidrich am 7. Mai SS-Brigadeführer Karl Albrecht Oberg in diese Position ein, die er am 1. Juni antrat. Die Frage der Repressalien stellte sich für Stülpnagel deshalb nur in der Zeit von seiner Ankunft in Paris bis Ende Mai 42. In dieser Zeit war er für 16 Sühne-Maßnahmen nach Attentaten auf Wehrmachtsangehörige verantwortlich, wobei er grundsätzlich der von seinem Vetter geübten Praxis folgte. Dieser bemühte sich, die Zahl der erschossenen Geiseln gering zu halten, die möglichst dem Kreis angehören, aus dem der Täter oder der mutmaßliche Täter stammt. Aus einer Weisung Hitlers ergab sich die Erschießung in zwei Raten, eine erste unmittelbar nach dem Anschlag und eine zweite bei ergebnisloser Fahndung. Die Grenzen von Stülpnagels Befugnissen zeigte der Anschlag auf einen Fronturlauberzug bei Cayenne am 16. April 1942 mit 28 Toten und 19 Verletzten. Deshalb ordnete er an, dass nach der sofortigen Erschießung von 20 Kommunisten und Juden eine Woche lang nach den Tätern zu fahnden und im Falle des Misserfolgs die Erschießung von weiteren 25 Kommunisten und Juden vorzunehmen sei sowie 500 Personen nach dem Osten zu deportieren seien. Hitler verlangte jedoch die sofortige Erschießung von 28 Kommunisten und Juden, eine Verkürzung der Untersuchung auf drei Tage und eine Vermehrung der danach zu erschießenden Menschen auf dreimal 28 und der zu Deportierenden auf 1000. Darum befahl Stülpnagel, dass 30 Kommunisten und Juden sofort und nach drei Tagen weitere 80 zu erschießen und 1000 zu deportieren seien. Die Ausführung entsprach jedoch nicht der Ankündigung. Aus technischen Gründen ließ Stülpnagel dann weniger Leute und über einen längeren Zeitraum erschießen. Also man sieht, welchen makabren Kuhhandel er da immer wieder betrieben hat und wie er halt versucht hat, die Maßnahmen abzumildern und hinauszuzögern. Aber natürlich hat er sie teilweise vollstrecken lassen, sonst wäre er sicher auch sofort seines Kommandos enthoben worden. Er hat also mitgemacht, aber er hat versucht dann immer das Allerschlimmste zu verhindern, aber natürlich gab es zahlreiche unschuldige Opfer. Ein weiteres Mittel zur Verringerung der Opfer war mit grundsätzlicher Zustimmung des OKH die Anrechnung kriegsgerichtlich bereits erschossener, sodass nach dem Attentat vom 19. April von den ersten fünf Geißeln nur vier von französischen Behörden wegen kommunistischer Betätigung internierte und von den weiteren 15 Kommunisten Juden und dem Täterkreis nahestehende Personen, dass da also dann keine mehr sterben musste. All diese Maßnahmen reduzierten die Zahl der Hinrichtungen von Geißeln deutlich. Statt der angekündigten und dem OKH gemeldeten 555 Juden und Kommunisten wurden nur in Anführungszeichen 163 erschossen. Diese Differenz zeigt, dass Stülpnagel keineswegs rigorose Methoden der Besatzungsherrschaft anwandte, sondern die Vorgaben zu unterlaufen versuchte. Nach der Ankündigung der Repressalien erfolgte die Verringerung der tatsächlichen Maßnahmen, weil er ihre politische Wirkung unter der Bevölkerung als gefährlich einschätzte. Die Formel Kommunisten und Juden bedeutete in diesen Fällen Kommunisten, sodass diese Repressalien nicht seinen Antisemitismus belegen. Dagegen betrafen die Deportationen Juden in großer Zahl. Der erste Deportationszug war schon lange vor Stülpnagels Amtszeit von den Pariser Vertretern Himmlers mit dem RSHA abgesprochen und durch Otto von Stülpnagel unterstützt worden. Obwohl deshalb Karl Heinrich von Stülpnagel nicht verantwortlich war, versuchte er die Abfahrt zu verhindern, indem er die erforderliche Polizeiwache verweigerte. Er musste sich aber einem auf Intervention des SD ergangenen Befehl des OKW beugen, nur dass der Zug mit viertägiger Verspätung am 27. März 1952 von Le Bourget-Transi über Compiègne mit 1112 Juden offiziell zur Zwangsarbeit im Osten in Wirklichkeit zur Vernichtung nach Auschwitz abfuhr. Bei der Behinderung war Stülpnagel dieses Ziel wohl unbekannt. Es ging nur um Vernichtung durch Arbeit, zumindest hat er sich das wahrscheinlich eingeredet. Erst nach Heidrichs Mitteilungen bei Obergs Einführung im Mai kannte der Pariser Stab den geplanten Massenmord. Seine Ablehnung der Deportationen konnte Stülpnagel allerdings nicht durchhalten. Nach dem Überfall auf die Soldatenunterkunft in La Courneuve am 2. April ordnete nämlich Hitler an, dass für dieses und jedes künftige Attentat je 500 Juden und Kommunisten dem Reichsführer SS zur Deportation nach dem Osten zu übergeben seien. An diesen Befehl musste sich Stülpnagel grundsätzlich halten, wenn die Tat nicht aufgeklärt werden konnte. Sein Einsatz bei dem ersten Deportationszug und die Kenntnis der karteimäßigen Register der französischen Präfekten vom September 40 zeigen, dass sich Stülpnagel der Tragweite der Deportationen durchaus bewusst war. Auch wenn er von der Vernichtung durch Zwangsarbeit ausging, möglicherweise, das weiß man nicht genau, war bereits seit Sommer 40 das Ziel des judenfreien Frankreichs im Blick. Deshalb ist der Versuch, die Abfahrt zu verhindern, ein Beleg von Stülpnagels Ablehnung dieser Politik, die er bei Repressalien unterstützen musste. Unter der Verantwortung des SD verließ am 5. Juni der zweite Transport Compiègne zur Zwangsarbeit. Mit dem sechsten Transport am 17. Juli waren alle bisher als Sühnemaßnahmen verhafteten Juden auf dem Weg zur Ermordung, der nur wenige entgingen. Den Zusammenhang mit den Deportationen suchte Stülpnagel aufzulösen, indem er im August 1942 die Stellung von militärischem Wachpersonal wegen Personalmangel verweigerte, aber aus seinem Etat wurden weiterhin die Transportkosten bis zur Reichsgrenze der Sicherheitspolizei überwiesen. Als Militärbefehlshaber war Stülpnagel auch für andere Maßnahmen gegen Juden, wie die im November 40 begonnene Arisierung der Wirtschaft und die Einführung des Judensterns am 29. Mai 1942 verantwortlich. Damit war er in die mörderische NS-Politik des Holocaust trotz der Zuständigkeit des SD für alle politischen Fragen eingebunden, wobei er und sein Stab nur einen geringen Entscheidungsspielraum hatten, sodass er mehrfach an Rücktritt dachte. Darum erklären die Handlungen nicht seine individuelle Einstellung. Also man sieht hier wieder das Dilemma eines Mannes, der sicher ehrgeizig war, Karriere machen will, andererseits sich von solchen Maßnahmen distanzieren will und dann letztendlich immer in diesem Dilemma bleibt, dass er sich an Verbrechen beteiligt, wenn er seinen Posten behalten will. Während sein Versuch, die Deportation der Juden aus Frankreich im März zu verhindern, einer antisemitischen Orientierung widerspricht, lässt sich diese auch in den Texten von Stülpnagel nicht finden. Ab 1942 ist Stülpnagel eben Militärbefehlshaber im besetzten Frankreich. Den Kampf gegen die französische Widerstandsbewegung führt er, obwohl er viele Maßnahmen ablehnt mit großer Härte, gleichzeitig steht er jedoch nach wie vor in engem Kontakt zum militärischen Widerstand rund um General Beck. Eine kaum bekannte bzw. wenig beachtete Aktivität im Rahmen des Attentats vom 20. Juli 1944 erfolgte durch den Militäroberbefehlshaber Karl Heinrich von Stülpnagel. Dessen Adjutanten, den Oberstdeutnant Cäsar von Hofacker, ein Schwager des Hitlerattentäters Stauffenberg und unter Mithilfe von Hans Ottfried von Lindsdorf, waren außerdem beteiligt. Beide hatten seit Sommer 1943 intensive Kontakte zur militärischen Opposition in Berlin und vor allem zum Komitee Freies Deutschland im Westen. Dieses Komitee hatte sich zum politisch-organisatorischen Zentrum deutscher Antifaschisten in Frankreich, Belgien und Luxemburg entwickelt. Der Präsident des Komitees, Otto Niebergall, traf sich Ende 1943 mehrmals mit Cäsar von Hofacker. Sie vereinbarten die Zusammenarbeit mit dem Ziel, das NS-Regime zu stürzen. 20. Juli 1944. Maßgeblich an den Planungen des Attentats auf Hitler beteiligt, gelingt es Stülpnagel in Paris, die wichtigsten Funktionäre und Führer der Schutzstaffel, des Sicherheitsdienstes und der geheimen Staatspolizei festnehmen zu lassen. Um den von Adolf Hitler geplanten Krieg zu verhindern, hatte der Generalstabschef des Heeres, Generaloberst Ludwig Beck, bereits im Sommer 1938 auf den Rücktritt der Generalität hingewirkt. Im August trat er aus Gewissensgründen von seinem Amt zurück, blieb aber treibende Kraft der zum Staatsstreich entschlossenen Militärkreise. Beck, der nach einem erfolgreichen Attentat auf Hitler Staatsoberhaupt werden sollte, hielt engen Kontakt zu Karl Friedrich Gördeler, dem Kopf des zivilen Widerstands, der für das Amt des Reichskanzlers vorgesehen war. In Abstimmung mit Beck und Gördeler erarbeitete der Chef des Allgemeinen Heeresamts, General der Infanterie Friedrich Olbricht, die Walküre-Pläne, mit denen die Verschwörer sich beim Umsturz die vollziehende Gewalt sichern wollten. Das Attentat, an dem Stülpnagel zwar nur eine vergleichsweise geringe, jedoch nicht minder gefährliche Rolle spielte, war bereits im Herbst 1943 von langer Hand geplant worden. Friedrich Olbricht forderte den Oberstneutnant Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, für das Heeresamt an, der bereits in den folgenden Monaten entschlossen war, ein Attentat auf Hitler schon bereits aus moralischen Gründen zu unternehmen. Auch Stauffenbergs enger Mitstreiter Generalmajor Henning von Treschko drängte angesichts der aussichtslosen militärischen Situation Deutschlands im Sommer 1944 zur Ermordung Hitlers, um dem In- und Ausland zu zeigen, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte den entscheidenden Wurf gewagt hat. Nachdem bereits mehrere Attentatsversuche gescheitert waren, legte Stauffenberg, inzwischen Oberst- und Stabschef des Befehlshabers des Ersatzheeres Fromm, am 20. Juli 1944 im Führerhauptquartier Wolfschanze bei einer Lagebesprechung mit Hitler eine Bombe. Als bekannt wurde, dass Hitler den Anschlag nur leicht verletzt überlebt hatte, zeichnete sich bereits das Scheitern des Umsturzversuches ab. Gegen 21 Uhr bestellte Olbricht seinen bei einer Dienststelle der Luftwaffe in Bernau bei Berlin tätigen Schwiegersohn, Major Friedrich Georgi, zu sich und erläuterte ihm seine Beweggründe und die politische Notwendigkeit des Attentats. Georgi gelang es, den bereits von Hitler treuen Einheiten umstellten Bändlerblock mit belastendem Material aus Olbrichts Panzerschrank zu verlassen. Nach Bernau zurückgekehrt verfasste er einen persönlich gehaltenen Bericht über das letzte Treffen mit seinem Schwiegervater. Gegen 23 Uhr desselben Tages erklärte der Befehlshaber des Ersatzheeres, Generaloberst Friedrich Fromm, die Verschwörer in Berlin für verhaftet und verkündete unverzüglich Todesurteile wegen Hochverrat. Während Georgi das NS-Regime überlebte, wurden Friedrich Olbricht, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Merz von Quirnheim und während von Heften noch in der Nacht zum 21. Juli im Hof des Bändlerblocks erschossen. Dem ebenfalls anwesenden Beck war kurz zuvor ehrenhalber ein Revolver überreicht worden. Nachdem er sich auch mit einem zweiten Schuss nicht tödlich getroffen hatte, erhielt der schwerverletzte Beck nach einiger Zeit von einem Angehörigen des Wachkommandos den Todesschuss. Als die Nachricht vom Attentat auf Hitler Paris erreichte, veranlasste Cäsar von Hofacker seinen Chef, den General Karl Heinrich von Stülpnagel, die Verhaftung aller Gestapo-Beamter, Führer des Sicherheitsdienstes und SS-Angehöriger zu befehlen. General Karl Heinrich von Stülpnagel erteilte den Befehl zur Festnahme des genannten Personenkreises. In der Nacht zum 21. Juli erfolgte in Paris dann die Verhaftung von 1200 Gestapo- und SS-Leuten. Ein Standgericht sollte umgehend ein Urteil über sie fällen, so der Plan. Als das Scheitern des Attentats bekannt wurde, schlug Cäsar von Hofacker vor, eigenständig den Krieg im Westen zu beenden. Der Oberbefehlshaber Hans Günther von Kluge lehnte den Vorschlag beim Besuch General Stülpnagels in seinem Hauptquartier, dem Schloss von La Roche-Guillon, ab und befahl ihm, die verhafteten Gestapo- und SS-Schergen aus der Haft zu entlassen. Diese befanden sich ab 22. Juli 1944 wieder in Freiheit. Kluge riet dem General zwar noch, sich zivil anzuziehen und unterzutauchen, Stülpnagel verweigerte sich jedoch diesem Vorschlag. Als die Nachricht vom Scheitern des Attentats aber nach Paris kommt, wird Stülpnagel von Kluge umgehend seines Postens enthoben und am 21. Juli von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel nach Berlin beordert. Auf dem Weg dorthin versucht er, sich bei Verdun mit einem Kopfschuss selbst zu töten, er blindet aber lediglich infolge der Verletzung. Er wird kurz darauf in einem Lazarett in Verdun von der Gestapo verhaftet und nach Berlin gebracht. Am 30. August dann wird er trotz seiner schweren Verwundung vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am selben Tag in Berlin Plötzensee durch den Strang hingerichtet. Auch mit anderen Teilnehmern der Verschwörung machte der Volksgerichtshof unter Roland Freisler kurzen Prozess. Nach einer Anweisung Hitlers sollten die Verschwörer innerhalb von zwei Stunden nach dem Urteilsspruch »Wie Schlachtvieh aufgehängt werden«, so hieß es. Dieses Schicksal traf auch Oberst Friedrich Gustav Jäger, der am 20. Juli 1944 den Befehl erhalten hatte, Reichspropagandaminister Josef Goebbels zu verhaften. Dabei war es dem Volksgerichtshof möglich, solch harsche Urteile so schnell zu fällen, da Rechtsmittel schlicht nicht zulässig waren. Eine wirkungsvolle Verteidigung war nicht erwünscht und daher auch durch gezielte Behinderungen sowie durch Einflussnahme der Verteidiger kaum möglich. Die seit Ende der 70er Jahre behauptete antisemitische Gesinnung Stülpnagels lässt sich zumindest bei seiner Tätigkeit als Chef der Abteilung Fremde Heere im Truppenamt und als Militärbefehlshaber in Frankreich nicht nachweisen. Als Oberbefehlshaber der 17. Armee in Galicien war verantwortlich für die von seinem Stab befohlenen Maßnahmen. Für die Beurteilung seiner persönlichen Einstellungen ist die Eingabe an die Heeresgruppe Süd vom 12. August 1941 entscheidend. Für das Urteil entschiedener Antisemit reicht dieser Beleg aber nicht aus. Vielmehr spricht einiges dafür, dass Stülpnagel Anleihen an die NS-Ideologie bewusst als Tarnung verwendete. Wobei man das eben nicht so ganz eindeutig beweisen kann. Obwohl Karl Heinrich von Stülpnagel sich seit 1938 für den Sturz Hitlers einsetzte, diente er dessen Kriegszielen. Darum bleibt die Schuld als Generalin Hitlers Wehrmacht in einer Diktatur, die alle Mithandelnden zu Mitschuldigen machte, auch wenn sie mörderische Maßnahmen zu reduzieren suchten. Vermutlich erfolgte bereits Stülpnagels Krankmeldung am 4. Oktober 1941 aus der Einsicht in diese Vereinnahmung. Trotzdem war er in Paris verantwortlich für die Erschießung von 163 Kommunisten und die Deportation von rund 4000 Juden. Wie andere Mitglieder des militärischen Widerstands nahm er in herausgehobener Position Teil am Rassenkrieg. Aber dies war die Bedingung dafür, dass ich aus der Wehrmacht einen Widerstand formieren konnte, der zur Tat bereit war. Also inwieweit Stülpnagel wirklich Antisemit war oder nicht, bleibt natürlich ein Stück weit im Dunkel. Ob das alles immer nur Tarnung von ihm war oder ob er selber antisemitische Ansichten hatte, das kann hier nicht eindeutig geklärt werden und es gilt für ganz viele Mitglieder des deutschen Widerstands. Das muss man ganz klar sagen. Zusammen mit Cäsar von Hofacker wakte Stülpnagel am 20. Juli 1944 den Umsturz in Paris. Weil er durch seine Befehle in Paris eine weitaus gefährlichere Situation herbeigeführt hatte, als das sonst dem Reich der Fall gewesen ist, wurde er am 30. August vom Volksgerichtshof schwer verletzt, zum Tode verurteilt und in Plötzensee erhängt. Als Sinn des Lebens bezeichnete er in der Nacht nach dem 20. Juli die Erhaltung der lebendig-schöpferischen Ordnung, die zutiefst eben Sittlichkeit verbunden mit Stärke ist. Abschließend lässt sich festhalten, dass Heinrich von Stülpnagel eine faszinierende Persönlichkeit sowohl in der Militärgeschichte als auch in der Widerstandsbewegung des NS-Regimes war. Insgesamt war Stülpnagel also deshalb wichtig für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, weil er eine Stimme der Opposition aus einer einflussreichen Position innerhalb des Militärs war und eine starke moralische Führung demonstrierte, die andere dazu inspirierte, sich ebenfalls gegen die Tyrannei zu positionieren. Sein Leben und Wirken werfen ein Licht auf die moralischen und ethischen Dilemmata, mit denen viele Deutsche während des Nationalsozialismus konfrontiert waren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017